Am 17. Juli 1954 ist sie in Hamburg geboren. Ihr Lieblingsessen ist Kartoffelsuppe. Sie hat einen Abschluss in Physik und einen Doktor in Quantenphysik. Und jetzt? Nein, ich weiß es immer noch nicht. 2018 wurde sie vom Forbes Magazin bereits zum achten Mal in Folge zur mächtigsten Frau der Welt. Angela. Angie, born on the 17th of February in 1963 in Brooklyn. Was ist er? Ich weiß, dass er fünf Kinder ist. Was ist er? Er ist der Nummer 3 pick in der NBA Draft in 1984. Nummer 3? Nein, es ist nicht Kogi. 1984. Ich weiß es schon, warum? Ich weiß es nicht. Über 15 NBA Draft. Ich weiß nicht. Er coordinator für ein Jahrhundert. Er war über 30er Punkt in einer NBA Draft. Er war über eine Draft. Einmaler Rundger ist der Niveau aner. Nein, wir sind es alt. Er hat gut 850.000 Follower auf Instagram. Er bekam im Juli 2016 die Medaille für das Tor des Monats der ARD Sportschau. Was war 2016? Wieder vergessen. Medaille für das Tor des Monats in der ARD Sportschau. In seiner Freizeit spielt er Saxophon und Gitarre. Saxophon bin ich mir... Also wenn es jetzt nur vielleicht groß, aber nee. Sein zweiter Vorname ist Werner. Jahrgang 1978. Da komme ich glaube ich nicht drauf. Jetzt kommst du drauf. Er ist auf Platz 5 in der ewigen NBA-Bestenliste der verfehlten Würfe. Der verfehlten Würfe. Ich wollte gerade Nowitzki, aber eigentlich so oft verfehlt er eigentlich nicht. Ja, dann Nowitzki, ja. Jahrgang. Bis zum nächsten Mal. Jahrgang. Jahrgang. Diener. Heine. Jahrgang.